Hallöchen und herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Aufnahme hier bei Estranged oder Estranged, keine Ahnung wie man es ausspricht, Kapitel 1 Letztes Mal sind wir hier mit dem Zug stehen geblieben, wir haben bloß noch drei Schuss und ich scheiß mir schon wieder in die Hosen Das Problem war, ich war vorher noch nicht kacken und ich hab ein ganz mieses Gefühl Ich will da nicht weiterlaufen Na, jetzt, hallo Bitte lass hier irgendwo Munition rumliegen Hier liegt natürlich nirgendwo Munition, na großartig So, der wäre erledigt, das hätten wir schon mal Ähm, jetzt hatte ich gerade nur 30 Frames Das ist ja merkwürdig, aber egal Ich hab keine Ahnung, was Alter, die Geräusche machen mich wahnsinnig hier Liegt hier vielleicht irgendwo noch Munition rum oder sowas? Hier vielleicht? Nein? Nein? Schade Okay, dann muss ich wohl doch da hinten zu dem Haus hingehen Ich weiß gar nicht, warum ich das Spiel überhaupt spiele Aber naja Da müssen wir jetzt gemeinsam durch Alter Da ist ein Fernseher, der an ist, aber es ist keiner zu Hause Hat der vielleicht Munition verloren? Auch nicht Alter, diese Geräusche Ich hoffe, ich lock damit jetzt niemanden an Das ist ja nicht so laut Okay, wir sind jetzt hier in dem Haus Nein Huch Äh, das wollte ich jetzt gerade wirklich nicht machen Ich wollte eigentlich den Fernseher Anschalten, aber das ging anscheinend nicht Okay, hier haben wir noch ein Stück Zeitung Das lesen wir uns erstmal durch Der erste für News, Gossip, Sport, Showbiz, Business und Crosswords It's your newspaper, your life Wieso ist das jetzt auf Englisch? Moment Optionen Spieloptionen Audio Englisch Wieso ist das jetzt auf Englisch? Okay Da ist das alles noch so geblieben Äh Okay, ich werde mein Bestes geben, dass du über Jetzt ist es auf Deutsch Das Spiel ist ganz schön creepy, muss ich sagen Die erste Wahl für Nachrichten, Klatsch, Sport, Showbiz, Wirtschaft und Kreuzworträtsel Ihre Zeitung, ihr Leben Leuchtturm stillgelegt Der Leuchtturm auf der Anspitze in der Nähe von Redturm Wird auf Beschluss des Bürgermeisters John Mann nach einer von der Küstenwache durchgeführten Untersuchung stillgelegt Wir sind zuversichtlich, dass dies keine Auswirkungen auf den Schiffsverkehr haben wird Das habe ich doch schon mal gelesen Wieso steht hier schon wieder das gleiche? Ähm Das ist doch das gleiche, was wir schon mal gelesen haben Will uns das Spiel damit vielleicht etwas sagen? Ich weiß es nicht und ich hoffe, es will uns damit auch nichts sagen Und wir müssen Dort hinten auf der Straße lang laufen Ich habe es befürchtet Oh mein Gott Inlander Rail Ink 430 Also Die Inlandbahn Hier kommt bestimmt gleich irgendwas an Ich habe bloß noch zwei Schuss, Mann Wie soll ich mich denn damit verteidigen, bitte? Der hilft wahrscheinlich nur noch Ähm Rennen Achja, und ich habe mal den Achievements gelesen Leider kriegen wir schon mal zwei Achievements nicht Und das wäre Den Eimer, den John Daryl Wie ist der Daryl? Keine Ahnung, wie der hieß Den wir da in der Wohnung gehabt haben Wenn wir den vom Anfang des Spiels bis zum Ende mitnehmen Würden wir dafür ein Achievement kriegen Und wir kriegen das Achievement nicht, dass wir die Lampe im Naturreservat ausgemacht haben Die hätten wir nämlich ausmachen müssen Da hätten wir das Achievement Stromsparer bekommen Der ist doch nicht tot, der da liegt, oder? Der lebt doch bestimmt Oh 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 Mami Okay, was ist Das ist Sehr vertrauenserweckend Oh, Munition Oh, da muss ich erstmal schnell nachladen Gott sei Dank wieder elf Schuss Das ist jetzt aber auch nicht sonderlich viel Kann ich das Telefon benutzen? Hallo? Scheiße Ach, hab ich wieder meine Telefonrechnung nicht bezahlt? Ich will hier auf keinen Fall reinlaufen, aber ich muss es tun Warum spiele ich sowas eigentlich immer nachts? Hör! Hör ab! Warum erschrecke ich mich eigentlich so? Ähm Die Musik ist Nicht gerade toll und ich sehe hier gar nichts Alter Kann ich die Helligkeit vielleicht ein bisschen höher schrauben? Helligkeitsstufe anpassen Bewegen Sie die Den Schiebräder bis unten alle drei Zeilen lesbar sind Na, ich kann es noch dunkler machen Ich mach es mal ein bisschen heller Hat jetzt aber auch nicht sonderlich viel gebracht Und weiß was, ich mach jetzt Doch wirklich mal diesen Blöden Grisel-Effekt aus Weil der ist nämlich echt nervig Wo war denn das? Wo war denn das? Äh Ich hab's vergessen Ach, bei Strange Option war das Grisel-Effekt aus So Lasst mich bloß in Ruhe Ich hab euch nichts getan Ich bin bloß ein Schiffbrüchiger Auf dem Weg nach Hause Alter, ich steigere mich viel zu sehr in das Spiel rein Hier ist nichts Aber hier vielleicht war es auch nicht Bitte lass die Tür nicht aufgehen Nein Danger High Voltage Wo geht's denn hier hin? Ich weiß, ich sollte eigentlich nicht mal Nicht hier hinten nachgucken Hier ist nichts Das sah nach einer Sicherung aus Haben wir jetzt da echt eine Sicherung mitgenommen? Die brennt man nämlich gleich durch Das ist nämlich ganz schön praktisch Oh mein Gott Ich werde so sterben Erst nochmal nachladen Und natürlich Wieso verrutscht denn das jedes Mal? Ja, überschreiben Muss ich jetzt hier durch die Kacke laufen? Ach, was willst du denn? Alter, bewirft er mich mit irgendwas? Alter Ich treffe mich Jetzt Na endlich Alter, der hat mich ernsthaft mit dem Bäh, ist das widerlich Boah, ich mag überhaupt nicht durch die Gänge durchlaufen Äh, links oder rechts? Im Zweifelsfalle immer rechts Ich bewege mich mal leise hier durch Hallo Okay Sewer Maintenance Access Okay, da ist also das Hausmeisterbüro Da müssen wir jetzt anscheinend rein und eine Sicherung reinbauen Ich will das nicht Oh Mein Gott Ah, da Nimm das doch als Waffe Munition Gott sei Dank Luke öffnen Ich will da nicht in die Luke rein Ich will da nicht rein Oh oh Junge, mach das leise Ernsthaft Ich soll da rein Oh oh Ah Wenn ich jetzt gleich sterbe Weil er da runterfällt Dann Gute Nacht Lad mal schneller! Ernsthaft? Na, wenigstens ist es hier mal ein bisschen freundlicher. Die muss ich bestimmt zerschießen, oder? Ja, wusste ich's doch. Okay, was haben wir hier? Ein Kanister, den kann ich nicht mitnehmen. Habe ich ein Inventar oder sowas? Moment, da muss ich mal kurz gucken. Optionen, Spieloptionen. Alter, die Musik ist grad so laut. Warum ist die jetzt grad so laut? Taschenlampe, Objekt verwenden, heranzoomen. Schnell speichern ist auf F6. Okay, äh... Fortsetzlich, probier mal das mal kurz. Spiel gespeichert. Okay. Das war ja klar, dass die Tür nicht aufgeht. Oh Gott, weiter durch den Abwasserkanal! Muss das sein? Muss ich jetzt ernsthaft hier runter? Oh Mann! Moment, ich muss mal die Musik ein bisschen leiser machen. Dabei hab ich die schon leiser gemacht. So, fortsetzen. So, fortsetzen. Hallo? Ist hier irgend... Da ist keiner. Da auch nicht, da ging das Licht grad plötzlich an. Ich hab grad Milch getrunken. Lecker! Okay, das kann ich auch nicht benutzen. Scheiße! Okay, wie es hier weitergeht in dem Abwasserkanal, das erfahrt ihr natürlich in der nächsten Folge, meine Freunde. Bis dahin! Tschüss! Tschüss!